So, ich schaue nicht, wenn ich die Brille brauche. Nein, da brauche ich das nicht. Aber ich finde mein Bruder. Und ich vielleicht auch die Kultur noch ein bisschen in die Uhr. Aber ich weiß noch nicht, das muss ich mir noch nicht erleben. Ich glaube, dass die Brille besser hält. Nein, schauen wir mal an. Würde eigentlich nicht schaden. Wir sind die Aller-Einzel-Erlebnis. Da fahren nicht so viele Leute, weil heute sehr viele Leute frei haben. Aber die Büsse arbeiten. Ja, die Gemeinde halten wir jetzt nicht. Oder bei der Feuerwehr oder die Leute in der Gastronomie. Aber auch nicht alle. Die Büsse arbeiten. Ja, die Büsse arbeiten. Aber die Büsse arbeiten. Ja, die Büsse arbeiten. Aber heute ist eigentlich ein paar Arbeitszeiten. Ja, die Büsse arbeiten. Ja, das ist ein paar Mal. 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 Hier ist die Sonne, wo der Rot ist. Ich bin ein Elf, und ich bin ein Zeug, das ist ein Zeug. Aber ist die Angriffe? Nein, ich bin ein Zeug, wenn ich anfühle. Oh, ja. Warum tut der Kiff hier weh? Wo tut der Kiff? Ja. Nein, das kann aber so sein, dass die Sonnenblut noch sehr gut ist. Das ist die Drogenkolle. Ich bin ein Zeug, das ist ein Zeug. Aber ist das schlimm? Nein, nicht allein. Ja. Kann ich jetzt mit dem Zug? Nein, mit dem Fuß fahren wir weiter. So wie viel ist? Um 40 km weiter, so was ich will. Kann ich mir jetzt dann auf? Nein, nicht ganz. Jetzt? Jetzt? Na kurz kannst du mich anstatt? Ich bin der Kiff hier. Die Kiff oder keine Untertitelung auf den Kiff aus? Ja, ich bin der Kiff! Nein, ich bin der Kiff! Der Kiff! Der Kiff! Der Kiff ist auf dem Kiff!